Wir schalten um nach Frankfurt. Meine Damen und Herren, eineinhalb Jahrzehnte nach dem Ende der französischen Kolonialherrschaft sind die Algerier unzufrieden mit der Regierung. Präsident Boumediene und seine staatliche Einheitspartei haben ihre Versprechungen nicht halten können. Ob die Unzufriedenheit dem sozialistischen Staat grundsätzlich oder einzig seinen Fehlern gilt, ist schwer zu ergründen. Aus Angst vor Repressalien, aber auch aus verständlichem Nationalgefühl sind die Algerier gegenüber ausländischen Reportern zurückhaltend. Wer mit der Filmkamera berichten will, sieht sich Schwierigkeiten ausgesetzt. Christoph Maria Fröder ist es mit einem Team des Hessischen Rundfunks dennoch gelungen, einen Film über dieses arabische Entwicklungsland zu drehen.